Hallo und herzlich Willkommen im B&S Wäschehaus in Öderan. Mein Name ist Dagmar Beyer und seit fast nun 23 Jahren führe ich das Geschäft hier am Altmarkt in Öderan. Unser Settlement reicht von Nachtwäsche, Unterwäsche für Damen, Herren, Kinder über Kurz- und Mieterwaren bis hin zur Wolle. Des Weiteren sind wir eine Annahmestelle für die chemische Textilreinigung und die kleine Änderungsschneiderei gehört auch mit zu unserem Angebot. Sie können mich gerne kontaktieren um Ware zu bestellen. Das geht ganz einfach telefonisch oder über WhatsApp unter folgender Nummer 0174 oder Sie können auch gerne eine Nachricht auf den Anrufbeantworter hinterlassen. Das geht dann unter folgender Nummer Öderan 23 740. Ich rufe Sie natürlich dann gern zurück. Um die bestellte Ware abzuholen, können Sie hier am Geschäft vorbeikommen oder nutzen Sie auch unseren Lieferservice. Wir liefern auch gerne nach Hause. Auf der Internetseite der Stadt Öderan finden Sie dann noch die anderen Händler, Gastronomen und Dienstleister der Stadt Öderan, die Sie natürlich auch über einen Anruf freuen würden. Ich möchte mich nochmal bedanken bei meinen Kunden, die mir während der Schließung geholfen haben und ich hoffe doch, dass wir uns bald persönlich hier im Wäschehaus wiedersehen. Bis dahin, bleiben Sie gesund, Ihr Wäschehaus B&S.